Eine Idee von RWE, der Hauswärme-Check. Hey, wir sind Echsen, wir sind wechselwarm. Wir sind gut drauf, wenn's warm ist. Genau, Mann. Leider ist Heizen oft unnötig teuer. Ja, Mann. Und das finden wir blöd, blöd, blöd. Blöd, Mann. Unser Tipp, nutzen Sie einfach den Online-Heizkosten-Vergleich und die Förderprogramme für RWE-Kunden. Genau, Blöd. RWE bietet Ihnen viele Ideen zum Energiesparen. Infos gibt's in unseren Kundencentern und im Internet.